Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lehmann Audio. Heute geht es um Grundsätzliches bei Kopfhörern und Kopfhörerverstärkern. Warum eigentlich Kopfhörer? Zunächst mal mit Kopfhörern und Kopfhörerverstärkern ist ein sehr, sehr, sehr hochwertiges, sehr hochqualitatives Abhören zu einem Bruchteil des Preises möglich, den man sonst bezahlen müsste, wenn man eine ähnliche Qualität über Lautsprecher und Endstufen und das ganze Setup erreichen möchte. Also das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, entweder zum Beispiel nachts oder halt eben auch in nicht ganz ruhigen Umgebungen, Musik ungestört in einer Lautstärke genießen zu können, die mit Lautsprechern dann doch vielleicht schon mal kritisch sein könnte. Und das eine ist natürlich, es erhält den Frieden mit den Nachbarn oder dem daneben schlafenden Partner, Partnerin. Und das andere ist, wenn man die Raumakustik ausschaltet, dann hat man immer reproduzierbare Ergebnisse. Das gilt dann natürlich vor allem auch für die Profis. Und insgesamt sind das Dinge, die natürlich das Abhören mit Kopfhörern sehr attraktiv machen, finde ich. Ja, und auch speziell dieses, ja, in die Musik eintauchen ist etwas, das für mich immer wieder reizvoll ist. Was macht ein Kopfhörer nun anders? Zunächst mal gibt es ja vor allem aber auch Parallelen zwischen Kopfhörern und Lautsprechern. Beides sind technisch gesehen sogenannte komplexe Lasten und sollten an den sprechen stabilen Ausgängen betrieben werden. Eine komplexe Last nennt man etwas, wo es einfach nicht nur den Zusammenhang zwischen Eingangspegel und Ausgangspegel gibt, sondern wo sich auch die Phase dreht, wo also das Signal insgesamt sozusagen etwas umgeformt wird. Also das kann man vielleicht damit vergleichen, dass es einen Unterschied ausmacht, ob man mit seinem Auto einfach nur ein bisschen bergauf fährt und dann deshalb langsamer wird, oder ob man gleichzeitig noch in einer Schräglage um irgendeine Außenkurve muss. Ja, so verhält sich das mit der komplexen Last bei Lautsprechern und Kopfhörern. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass sowohl Lautsprecher als auch Kopfhörer an richtig stabilen Ausgängen betrieben werden. Denn ansonsten wird das Ergebnis schlicht unbefriedigend. Zum einen ist es dann so für den privaten Hörer, dass man einfach nicht genug Spaß an der Musik hat. Und im professionellen Anwendungsfall ist es so, dass man das Signal, was da rauskommt, um das es sich ja handelt bei der Musik, dass man diese Musik nicht beurteilen kann, dass man nicht klar feststellen kann, was muss da passieren, was muss da geändert werden und so weiter. Und also einfach einen Kopfhörer in eine entsprechend bezeichnete Ausgangsbuchse zu stecken, ist sicherlich in den meisten Fällen die schlechteste Option. Es gibt natürlich auch Sachen, die bei Kopfhörern deutlich anders sind als bei Lautsprechern. Das ist vor allem die Varietät hinsichtlich der Impedanzen, also hinsichtlich des Innenwiderstandes dieser Schallwandler. Also bei Lautsprechern gehen wir in der Regel davon aus, dass wir 4 Ohm-Boxen haben oder dass wir 8 Ohm-Boxen haben, so annäherungsweise mit entsprechenden Impedanzsenken da drin. Und bei Kopfhörern haben wir inzwischen Impedanzbandbreiten von zum Beispiel 16 Ohm bis 600 Ohm. Und wenn man das auf N-Stufen übertragen würde und man eine N-Stufe vorbereiten müsste, also alle Lautsprecher zwischen 4 Ohm und 60 Ohm gleichermaßen souverän und stabil bedient, dann wird einfach sofort klar, dass das eine ganz enorme Herausforderung ist, die man nicht einfach so bewältigen kann. Muss ein Kopfhörer eigentlich neutral sein? Prinzipiell würde ich dazu sagen, wenn man als Profi in ein Studio kommt und hat einen Kopfhörer, den man nicht kennt, ist es natürlich schwierig, das Signal zu beurteilen, die Musik zu beurteilen, wenn dieser Kopfhörer nicht entsprechend neutral ist. Wenn man als Profi mit einem Kopfhörer arbeitet, den man kennt, inklusive der Fehler, die dieser Kopfhörer macht, dann kann man ohnehin die Arbeit, das, was man da tut, deutlich besser einschätzen. Und das eine ist Klangneutralität im Sinne von Frequenzgangverfärbung, also Filterung, also wenn man so will, ja, lineare Änderungen im Klang. Daran kann man sich relativ schnell einhören, das kriegt man relativ schnell gehandelt. Das andere Problem, und das halte ich für viel größer, sind Verfärbungen, Verfälschungen im Impulswiedergabebereich. Wenn man als Profi zum Beispiel anhand des Kopfhörers beurteilen muss oder möchte, wie viel Stützmikrofon, also wie viel Direktschallanteil man dazu mischt, ist das mit einem Kopfhörer, der die Transienten nicht korrekt wiedergibt, ungleich schwieriger als mit einem korrekten Kopfhörer. Für das private Musikhören gibt es natürlich deutlich weniger Einschränkungen oder Erschwernisse als bei den Profis. Da kann es durchaus Sinn machen, sich für verschiedene Musikrichtungen verschiedene Kopfhörer zuzulegen, quasi wie ein Gewürz, das man dann über das jeweilige Hörerlebnis drüber gibt. Je nach Färbung des Kopfhörers, je nach Impulsverhalten des Kopfhörers, kann das einfach mit einem bestimmten anderen Hörer Spaß machen. Und üblicherweise ist es ja auch so, dass man relativ problemlos ein halbes Dutzend oder auch Dutzend verschiedene Kopfhörer mit ins Wohnzimmer nehmen kann. Der oder die Designbeauftragte des Hauses sieht es üblicherweise ungleich weniger gerne, wenn zum Beispiel sechs Paare Lautsprecher im Raum sind. Also auch da wieder ein ganz klarer Vorteil zugunsten des Kopfhörers. Zum Thema Transientenwiedergabe. Prinzipiell ist es einfach so, dass wir als Menschen sehr, sehr, sehr sensibel sind, was die Transientenwiedergabe angeht. An der Transientenwiedergabe macht sich ja auch die Ortung fest. Das heißt, wir hören tatsächlich sehr schnell und sehr gut, aus welcher Richtung etwas kommt. Das liegt an den Transienten. Und ich sage mal, ganz salopp gesagt war es halt eben früher so, ganz, 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 ganz früher, dass derjenige, der nicht rechtzeitig gehört hat, wurde in der Säbelzahntiger im Gebüsch geraschelt hat, schnell zu dessen Frühstück wurde. Und ja, diese evolutionsbedingte Fähigkeit hat sich bis heute noch erhalten. Ein Beispiel für einen Musiker im Studio, der ein Signal auf dem Kopfhörer hat, dessen Transienten nicht einwandfrei sind, wäre halt einfach, ja, der Musiker versucht sich auf dieses Signal sozusagen einzugrooven, da einfach sozusagen im Fluss zu sein, in der Time zu sein. Und er hört, dass die Transienten nicht so gut sind. Also er hört, dass er im Prinzip nicht so deutlich hört, nicht so deutlich artikuliert, das Signal auf dem Ohr hat, wie er das bräuchte. Das Ergebnis ist, er dreht lauter. Nur ist es natürlich so, ein schlechtes Signal, lauter gedreht, macht die Verständlichkeit nicht wirklich besser. Trotzdem ist die Versuchung natürlich da, es genau so zu machen. Und das Ende vom Lied ist, ja, der Musiker dreht dann das Signal entsprechend so laut, wie es irgendwie geht, wie er es gerade noch ertragen kann, und spielt seinen Part ein. Und das Ergebnis davon ist aber, er fühlt sich, oder sie, fühlt sich nicht komfortabel mit dem Signal, was auf dem Ohr ist, ist bei weitem nicht so kreativ, wie er oder sie sein könnte, und liefert einfach schlechtere Ergebnisse ab. Dazu kommt dann noch, je nachdem, was das für eine Situation ist, dass eventuell aus dem Kopfhörer relativ lautes Signal auf das nächste Mikrofon kommt, gerade wenn es ein Sänger ist zum Beispiel, und dass dann eventuell der Toningenieur, der Mann am Mischpult oder Frau am Mischpult größere Schwierigkeiten hat, ein Übersprechen zwischen dem Gesangsmikrofon und dem Kopfhörersignal irgendwie in den Griff zu kriegen. Und, ja, aber das Ergebnis ist vor allem, der Musiker, die Musikerin, liefert nicht die Leistung ab, die er zu sie bringen könnte. Und das alles nur, weil nicht das richtige Kopfhörersignal anliegt. Und dieses Kopfhörersignal liegt tatsächlich zu einem großen Teil mit am Kopfhörerverstärker. Leistung und Wirkungsgrad. Zu den Gemeinsamkeiten der Schallwandler, also sowohl Lautsprecher als auch Kopfhörer, gehört, dass die verschiedenen Modelle die angelieferten Signale, also die Musik, in unterschiedlicher Effektivität umsetzen. Das heißt, je nach Pegel ist es lauter oder leiser. Bei Lautsprecher verwendet man üblicherweise als Maß für das Effektivität den erreichten Schalldruck bei 1 Watt anliegender Leistung am Lautsprecher in 1 Meter Entfernung. Manchmal auch schon mal irgendwie 2,88 Volt in 1 Meter Entfernung. Also 2,88 Volt an Signalpegel spannungsmäßig am Lautsprecher in 1 Meter Entfernung. Bei Kopfhörern ist es so, dass das ein anderer Maßstab ist. Da hat man üblicherweise entweder statt 1 Watt hat man dann 1 Milliwatt oder man hat inzwischen, das kommt auch vor, 1 Volt als Angabe, also 1 Volt am Kopfhörer, ein Spannungspegel. Oder jetzt sieht man, wie sich die Maßstäbe verschieben, was die In-Ear-Kopfhörer angeht. Bei In-Ear-Kopfhörern verwendet man inzwischen teilweise die Effektivität, also den Schalldruck bei 100 Millivolt am System. Und hier sieht man auch dann direkt eine, ja, letztendlich relativ große Schwierigkeit, das alles über einen Kamm zu scheren. Letztlich ist bei der Kombination Kopfhörer, Kopfhörerverstärker natürlich zunächst mal entscheidend, dass wir, ja, laut genug hören können. Das ist also das Signal, die Lautstärke erreicht, mit der wir entweder als Musikliebhaber komfortabel Spaß und Freude haben oder als Profi entsprechend entweder mitspielen können im Studio oder beurteilen können, was da passiert. Und wenn zu viel Spannung an der Schwingspule anliegt, dann brennt diese schlicht durch. Es gibt aber auch Schäden, die an unserem Gehör entstehen können. Und das ist abhängig von der Lautstärke, die wir da haben. Und dieser, ja, feinmechanische Mechanismus, den wir da im Ohr haben, mit den ganzen Härchen und so weiter, ist wirklich ziemlich empfindlich und deshalb gibt es dafür Vorschriften. Bei den Profis ist es so, dass es, ja, zum Beispiel früher in den ARD-Studios bei diesen sogenannten Abhörkassetten Einstellungen gab, mit denen man abgehört hat. Da stand in diesem Studio eben ein entsprechendes Pärchen Lautsprecher und der Akustiker kam in das Studio und hat am Hörplatz gemessen, wie laut es da war, hat die Anlage entsprechend justiert. Und dann konnte man tatsächlich an diesem Mischpult, was dann in diesen Studios war, jeweils einstellen, mit welcher Lautstärke man abhört. Das ist natürlich speziell, wenn man als Profi acht Stunden lang in so einem Studio arbeiten muss. Wirklich enorm wichtig, dass man da das Gehör nicht überlastet. Bei privaten Musikhörern ist das ungleich schwieriger, weil diese ganze Geschichte mit Einstellungen zwischen Verstärker und Kopfhörer ist natürlich exakt für ein einziges Modell gültig oder halt für andere Modelle, die die gleiche Effektivität haben. Und da sieht es halt eben, ja, deutlich anders aus als in einer kontrollierten Studioumgebung, wo exakt ein Paar Lautsprecher steht und das auf die Anlage eingemessen ist. Bei dem Versuch der Lautstärkejustage über Kopfhörer, also der Referenzierung mit einem Kopfhörer, wäre es nun so, dass man sich praktisch auf ein Referenz-Kopfhörermodell einigen müsste, um dann eine reproduzierbare Lautstärke-Einstellung erreichen zu können. Sobald ein anderer Kopfhörer verwendet wird, heißt das ja dann sofort, dass die Effektivität eine andere ist und dadurch auch die Lautstärke-Einstellung schon wieder mal nicht stimmt. Und, ja, da halt mit der Lautstärke auch einhergeht die maximal mögliche Zeit, die man da im Studio mitarbeiten kann, wäre das also völlig kontraproduktiv. Noch ein kleiner Hinweis generell, was die Praxis angeht, bestimmte Kopfhörermodelle sind in verschiedenen Impedanzen erhältlich. Das liegt dann daran, dass die zum Teil bei niedrigeren Impedanzen deutlich höhere Wirkungsgrade haben, sich also dann zum Beispiel auch einfacher von mobilen Geräten aus antreiben lassen. Prinzipiell ist es aber dann tatsächlich so, dass, was die klanglichen Eigenschaften angeht, eher den höher Impedanten Modellen der Vorzug zu geben ist, einfach weil dann die Schwingspule durch den dünneren Draht leichter ist. Beim Hören mit Kopfhörern kann es relativ schnell laut werden und man bekommt das gar nicht mal unbedingt selber so mit. Ich habe jetzt hier mal eine Tabelle mitgebracht, auf der verschiedene Schalldrücke zu sehen sind. Im Vergleich. Und man sieht genau, was da passiert. Es wird irgendwann wirklich einfach sehr, sehr, sehr laut. Es gibt nun eine sogenannte Arbeitsschutzverordnung, die ist seit, ich glaube, inzwischen 1975 irgendwie in Deutschland auch gelten, das Bundesgesetz. Und diese Arbeitsschutzverordnung besagt, dass man also bis zu acht Stunden einem Lärm von 85 Dezibel ausgesetzt sein darf, ohne dass es irgendwelche weiteren Maßnahmen erfordert. Für jede 3 dB mehr Schalldruck wird die Zeit, die man aushalten darf, ohne jede weitere Maßnahme, schlicht halbiert. Das führt dann dazu, dass relativ schnell sehr kurze Zeiten erzielt werden. Wenn man also 85 dB noch acht Stunden lang täglich aushalten darf oder muss, so ist es so, dass bei 100 dB diese Zeit auf 15 Minuten reduziert wird und so weiter. Und es ist so, dass ich also auch wirklich dafür plädiere, diese Zeiten sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen, weil darüber hinaus kann es einfach schlicht und ergreifend schnell zu Schädigungen des Gehörs kommen. Und wenn man als Arbeitgeber seine Mitarbeiter diesen Lärmbelastungen aussetzt, die höher sind und es länger tut, als das den Vorschriften entspricht, dann kann das im Zweifelsfall schlicht zu Regressansprüchen führen. Interessant in dem Zusammenhang, was den Lärmschutz angeht, ist, dass in den USA das anders gesehen wird und anders gehandhabt wird als in Deutschland und Europa. Also in Deutschland darf man bei 115 dB irgendwie 28 Sekunden ausgesetzt sein und in den USA ist es so, dass zumutbar ist, dass dieser Lautstärke diese Menschen, die damit zu tun haben, bis zu 15 Minuten ausgesetzt sind. Es gibt ja auch sogenannte automatisierte Limiter, die also pegelabhängig die Lautstärke dann begrenzen. Und auch für diese Limiter gilt, die machen nur dann Sinn, wenn sie sich auf ein bestimmtes und dann nämlich das natürlich das eingesetzte Kopfhörermodell beziehen, darauf eingemessen sind. Ansonsten ist aus den Gründen, die wir eben schon hatten, dass nämlich die Wirkungsgrade oder der Kopfhörer so unterschiedlich sind. Auch hier der Einsatz also völlig wirkungslos und daher auch zwecklos. Als nächstes habe ich hier eine Tabelle mitgebracht, bei der man die Leistungsaufnahme von verschiedenen Kopfhörern und zwar erstmal grundsätzlich bei verschiedenen Spannungspegeln sieht. Und auf der nächsten Tabelle habe ich es dann andersrum gemacht. Da habe ich bezogen auf die verschiedenen Impedanzen den benötigten Spannungspegel für eine Milliwatt Leistung. Diesen Referenzwert nimmt man ja gerne, um festzulegen, wie wirkungsgradstark ein entsprechender Kopfhörer ist. Was man hier sieht, ist das halt bei der gleichen Leistung, nämlich ein Milliwatt, der Unterschied der benötigten Spannung sehr stark sein kann. Und wie laut dann aber der entsprechende Kopfhörer ist, das hängt tatsächlich wiederum vom Wirkungsgrad ab. So, hier blende ich jetzt eine Tabelle ein, wo man einfach eine Reihe von verbreiteten Kopfhörern sich anschauen kann und hier einfach den Wirkungsgrad sieht. Und ja, das, was hier auffällt, ist, dass selbst bei einem einzigen Hersteller die Wirkungsgradunterschiede vergleichsweise groß sein können. Es macht also wirklich Sinn, ja, für Kopfhörer Verstärker zu nehmen, die einen großen Verstärkungsbereich abdecken können. Wenn man sich die verschiedenen Kopfhörermodelle anschaut, kommt man ja ungefähr, bezogen auf den Spannungspegel, auf einen Unterschied von ungefähr 20 dB, das ist also Spannungsunterschied bis zum Faktor 10 circa, zum Erreichen der gleichen Lautstärke. Und ja, bei In-Ear-Modellen, die habe ich jetzt auf der Tabelle nicht berücksichtigt, ist es so, dass der Wirkungsgrad tatsächlich nochmal deutlich höher sind. Das liegt daran, dass die üblicherweise ja mit batteriebetriebenen Geräten verwendet werden und einfach mit viel, viel weniger Leistung auskommen müssen. Ein Hinweis noch, was die, ja, Effektivitätsangabe bei Kopfhörermodellen angeht, hier ist es tatsächlich zwingend, wenn das irgendeinen Sinn machen soll, dass tatsächlich nicht nur eine Zahl mit einer dB-Angabe dahinter steht, wie zum Beispiel 92 oder 96, sondern dass dahinter auch steht, bei welchem Wert, bei welchem Pegel tatsächlich diese Leistung oder dieser Schalldruck erreicht wird. Also entweder zum Beispiel 1 Volt oder 1 Milliwatt oder bei In-Ear-Hörern eben 100 Millivolt zum Beispiel. Wenn diese Angabe fehlt, macht sie schlicht nicht Sinn, weil man weiß gar nicht, wann das erreicht wird. Soweit ein paar grundsätzliche Gedanken zum Thema Kopfhörer, Kopfhörerverstärker. Mein Fazit dazu ist, dass prinzipiell die Impedanz deutlich überbewertet wird. Es geht um Effektivität, das ist die wichtigste Kerngröße und nur damit kann man entscheiden, ob der Kopfhörerverstärker, den man mit dem entsprechenden Kopfhörermodell verwenden möchte, auch mit dem Kopfhörer eben entsprechend harmoniert. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist der Kopfhörerrechner auf der Webseite lehmannaudio.de. Hier kann man sich für jedes beliebige Kopfhörermodell oder auch für fiktive Kopfhörermodelle ausrechnen lassen. Man gibt eine Impedanz ein, man gibt einen Pegel ein in Millivolt und man gibt einen Wirkungsgrad bezogen auf 1 Milliwatt. Und wenn man dann auf Ausrechnen drückt, dann sieht man sofort, wie laut dieses Kopfhörermodell mit diesem Pegel ist, man sieht, wie viel Leistung da benötigt wird und wie viel Strom fließt. Es gibt auf der Webseite lehmannaudio.de nicht nur den Kopfhörerrechner, mit dem man ausrechnen kann, wie laut ein bestimmter Kopfhörer bei einem bestimmten Pegel ist, sondern es gibt auch den Techletter-Kopfhörerverstärker zum Download. Das ist im Prinzip das, was ich jetzt hier vorgetragen habe, als PDF zum Runterladen und mit all den Tabellen im handlichen Format, wenn man es dann ausdrücken würde, DIN A6. Bei den Lehmann-Audio-Händlern gibt es üblicherweise dieses kleine Heftchen auch als Handout zum Mitnehmen. Das ist dann auf jeden Fall DIN A6. Und ja, vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter bei der Überlegung, welchen Kopfhörer er zu seinem Kopfhörerverstärker nimmt oder auch welchen Kopfhörerverstärker er zu seinem Kopfhörer nimmt. Und ich hätte da auch noch was. Das war's von meiner Seite erstmal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal.